dann lassen wir den stream mal noch mal beginnen du hast es ausgemacht? ja gerade für das hostpack zu installieren ich hatte das 179er schon drauf nur bin ich ja auch auf 1710 gewechselt wegen shader für die 179er gibt es ja irgendwie kaum welche gar nicht sogar gar nicht? also soweit ich weiß gibt es shader fakes gibt es wohl theoretisch aber es gibt keine mod core der die shader sagt okay mach bitte dies und das muss ja wohl irgendwo was geben sonst hätte ja keiner shader ausprobieren können ja egal aber ich finde das eh so ein bisschen dumm bei youtube dass die leute dann für irgendeine version mal so ein video gemacht haben und das dann nur wenn eine neue version rauskommt den versionsnamen draufhauen wenn du dann halt die version suchst findest du halt nicht das richtige ist halt nur um mit dem einem video mal ein bisschen geld machen zu können wer macht sowas wer macht sowas diese geldgeilen menschen okay sieht schon besser aus so ich muss den leider verlassen muss was muss noch nachvertonen achso nachvertonen okay viel spaß danke fürs zuschauen tschau 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 so 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 de dann das stimmt auch so nicht ja super wer hat das denn gemacht was denn, was denn, wo denn Ich fahr hier so mit der Bahn von Lykan die ganze Zeit rum und dann ist mein Parkour 3 einfach so Lava, wo eigentlich zwei Schienen sein sollten. Warum sagst du nicht, dann hätt ich dich in Gehmut 0 gesetzt. Mano. Oh je. Mach das mal weg. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt Turbo oder normale Schienen kommen. Mach einfach Turbo hin. Siehst ja, wenn die rot leuchten, waren es richtig. Die leuchten nicht rot. Du musst sie erst hinlegen, siehst du doch gar nicht. Die Gurke ist richtig. Die leuchten nicht rot. Die leuchten doch. Oder? Fahr mal, sitz dich mal. Doch, doch leuchten. Es ist noch extrem dunkel bei mir. Ich kann doch eine eigene Lore setzen. Schön. Kannst du das? Da wäre ich mir nicht so sicher. Muss ich mal ehrlich sagen. Nee, das kann nämlich nur ein paar Kräuter. Verdammt, ich fahr zurück. Ja, und ein Turke, der kann da schon. Scheiß Huhn. Unter von der Bahn. Hast du auch was gegen Hühner? Nix, was hilft. Also das ist jetzt mein Standpunkt. Ich bin ja schon kurz davor zu sagen, ey, lass uns TNT verwenden. Für Hühners zu jagen. Ja. Ja. Ja, aber hättest du ja einfach mit alle setzen müssen, dann wäre das nicht das Problem gewesen. Hm. Ja, pack mal drauf. Ja, genau. Ich. Ah, schön. Hier sind wir die Schuld auf andere abwälzen. Bin ich nicht schnell mit. Und die Village habe ich auch noch Wispon. Mit Jokas Reich. Okay. Ja, aber ich habe überall so. Ja, ich habe überall so. Ja, der Drucker ist reich. Wie tut man denn, sagst du? Einfach nur, weil ich es kann. Mhm. Krasser Boy. Cooler Boy. Hm? Hm? Was hast du? Cooler Boy. Richtig cool. So. So cool hinter dem Schneid's. Verdammt. Was war das denn? ua. Oh, relax! Don't do it. Oh, 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 don't do it. Mmmm. Wer läuft denn da wieder rum? Der Tidors? Ist ja immer noch Hühner am Schlacht. Ah, sonst lass er ja klar. Irgendwann verlaufen die sich. Ich opfere nicht meine Zeit, um die Hühner zu schlachten. Wollte ich gerade sagen, ey. Wo kann sowas fehlen? Ist das nicht so, dass die einen Spielaufschluss behindern oder so? Na gut, schön. Ich hab ja gerade eh nichts zu tun. Aber warum nicht? Da war doch etwas. Hallo, Garflick? Willkommen. Garflick? Garflick. Boah, ich brauch TNT. Wenn Garfield ein Knoblauch ist, ist das dann Garflick? Bitte was? Bitte was? Ne, alles mit Schnitzenbolzen. TNT. Oder der Parkhäuter könnte es auch kurz schneien lassen. Könnte ich tun. Dann müsst ihr nicht alles manuell mit Schnee auffüllen. Das wäre sagt nur köstlich. Yeah, it's snow. Schnee, Schnee. So, TNT. TNT. Und noch ein TNT. Kürbisbohnen? Nein. Okay. Kürbisbohnen. Oh Mann. Du sollst doch lange wissen, was ich für Material privilegiere. Ich glaube, die Zombies wollen da hoch. Die Zombies nehmen deine Wendetreppe. Voll geil. Voll geil. Dafür ist er da. Oh Mann. Wir machen eine Parade. Hallo, Undercouden. Das Witzige ist, die zwei Kopflosen gehen vor. Die sehen doch gar nicht, wo sie hinlaufen. Bei mir sind sie nicht kopflos. Auch bei mir sind sie kopflos. Ja. Oh nein. Jetzt habe ich meine Dings weggespringt. Yeah. TNT. Los. Explodiere, schneller. Welchen Bohnen gibst du da? Ach. Du und der Graz. Ja klar. Gemeißelter Graz. Hab ich auch. Sieht einfach schön aus. Okay. Gemeißelter Graz. Also bei mir im Text-Effekt sieht er auf jeden Fall so gut aus. Geht so ein bisschen in die Marmor-Richtung. Nur ein bisschen heller. Du weißt ja mal. Huhn verschwinne. Huhn verschwinde. Oh. So, schon mal ein bisschen was weg hier. So. einer geht noch hier und es hat Wumann diese Hühner über eine wenn auch die zu klenden ja hat er denn die Hühnerbomben verwendet so ist es was vielen Dank das mache ich nicht bitte bitte was was tust du nein stopp einen Rahmen bauen Quarz Quarzsäule Quarzsäule wie hoch ich kann mal überlegen ich glaube vier soll erstmal gut sein aber wirklich nur an die Ecken zwischendrin werde ich dann wahrscheinlich normalen Quarz nehmen ok ok oder sonst irgendwas vielleicht boah die Quarzsäulen sehen schon richtig Bombe aus wie richtig Bombe aus obwohl ich wahrscheinlich fünf hoch machen würde ja ich bin auch gerade am überlegen bastel die bastel oh hell ich werde blind ja fünf hoch ist besser you are righty man jetzt hat die frage ob es vielleicht sogar aussieht da oben jetzt so eine Quarzsäule quasi senkrecht zu machen ich weiß nicht ich weiß nicht wie das aussieht ui da war ich zu schnell so so hm hm ja könnte man eigentlich machen ok oder man nimmt da Holz das durchäpfel aufs Holz schönes, doches Holz was gibt's da an dem Holz im Holz pichtenholz oder ne so sieht besser aus so boah meine Stimme ist der raucher husten quatidos wieviel frei vier ich mache jetzt hier gerade die tür den rest mache ich so wie es mir gerade passt fenster und so muss gucken willst du das mit normalen quats blöcken oder zwischendrin das in die ecken diesen quatschen ja da drüben habe ich schon die überein gibt es auch nur zwei arten türen hallo dass man das nicht wünsche ich dir schneckball dass der schminken dass der schminken schminken weil die schuppen die und lasst ihr die stecken schmecken lassen sich schnecken schmecken oder halbisch wieder gehen soll der schminken essen die guten weinberg schnecken komm ich raus na das ist auch absicht so dann müssen wir jetzt wohl die sachen da noch power mit und machen könnte wahrscheinlich nicht gehen zahle eins e z r ich weiß nicht was du sprichst ich weiß nicht was du sprichst wo steht denn das plasmr hat bei mir in steam geschrieben zahle dann eins und e z r ich bin gerade verwirrt ich weiß nicht was ich weiß ich weiß nicht was du bist Druckplatte stein oder holz stein kann man auf eine Druckplatte hallo 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 ach mancha kann man sich auf ein bisschen tauch meine ma hallo 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 kremen hallo 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 ich muss ja erst mal verbinden jetzt so ungeduldig ich weiß ich kann auch einfach außen rumlaufen guckt drin nur ein haus hat weder so an sich das rundherum die türen zu sehen krass wills hier drin alles voller schnee haben so ich hab dein haus mal umrundet wieder bei fresh aus des haus gesicht sei doch nichts glück und ein keller mts erstmal mit hallo Er hat Hallo gesagt oder nicht? Ja, aber er ist nicht im TS Hey? Du verwirrt? Da ist aber keiner drinne Der Lykan heißt Lykan, äh, Tidus wird stimmen Ja, stimmt Wer war das? Das ist ein Geheimnis So So Kannst du eigentlich irgendwas bauen, ohne dass du mal Redstone verwendest? Redstone ist geil Schon wieder hier reingepurzelt Hiking Wer war denn jetzt was? Ach so Nur kurz rein und gleich wieder weg, okay Oh Ich glaube ich lass die Kugel jetzt von der Größe her so und mach unten dann alles anebenen zur Ebene zur Ebene anebenen Jaja So brauche ich aber Erde Äh nö Komm mal ab du komischer Kies Was höre ich da draus? Seltsame Geräusche Hi the Klotzer HD Freut mich dass du deinen Weg hier gefunden hast So Was macht da so n Lärm? Erklärt das? Die komischen Geräusche? Ja Ah ok Ich werde schon wieder mit Mobs zugeschüttet Ciao King Lukan Lukan guckt bei mir zu Wer schaut zu? Lukan Echt? Krass Jetzt will der Golem die Treppe benutzen Irgendwas ist mir in der Treppe das die Mobs magisch anziehen Ja Ups Ey ich seh doch nix Besser? Ein wenig Jetzt kommt der schon wieder herein Ich seh nix Ah ist Lückern diesmal Ok Ja Musterspoll Leute wie soll ich denn so was bauen wenn ihr die ganze Zeit hier rumlauft Ich mach den Schnee weg Schöne Es war schwer dass die Leute bei ihm sind Minekraft Leckt voll Sicher? Nein Deine Redstone Steuerung bringen immer alles zum laggen Das stimmt allerdings Deine Steuerung auf Doom Ich bin nicht erwünscht Ne Bei mir bist du immer so ein Schlikan Immer Jetzt ist die Frage wie mach ich denn das da runter basteln am besten Oh Leute ey Was geht denn mir auf die Eier ey Ich spiel aber halt nur noch allein Mitgehen Ciao Die ist weg Welchen Keller? Er hat TNT bei mir in den Keller gepackt Es hieß kein TNT Was ist das dann? Hm? Das sind jemand Blöcke Ach bei ihm sieht es äh aus wie ein TNT oder wie Wechsel Interessant Ja sieht doch alles ähnlich aus Ja doch auf jeden Fall Ich hab noch ein bisschen was für ein paar Kräuter da gelassen wenn ich in seiner Kuppe vorbeigeflogen bin Tito ist bist du noch hier In meiner Nähe Hm nein ich bin jetzt mal lügern Hast du TNT planten? Ach Tito Warte also doch in seinen Keller Packst du immer in seinen Keller rein? Ah ne er war nicht hier Das ist jemand Das ist noch da Hat er noch irgendwo einen anderen Keller? Keine Ahnung Ich frag mal ob er deine Rotze verlängert hat bei dem Schneemann WTF Geht nicht So der ganze scheiß Stein hier mal weg Das muss näher sein Weiß Komm hat hier es Du weißt schon dass er dich hört Ja ja Ich weiß nicht Oder du ihm dich geschrieben hattest Nein nicht da hin Hallo Hallo Ja Kann man anscheinend nicht da drauf setzen Okay dann machen wir es so Hey Holger ist fies Ja und was gibt es noch? Du brauchst einfach die Schienen ab Ja Wer wird die Schienen ab? Du Ja wenn ich da lang baue Ist ja wohl logisch Geht nicht Kacka Hä Hä Was denn? Ich bin verwirrt Und was? Oh der Funktionalität hier manchmal Jetzt bin ich wieder bei dir Brauchst du mal eine Hilfe? Nein 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 Wollte mal wissen ob du noch da oben rumläufst Du und Redstone Eine Liebesgeschichte Eher eine Hassliebe. Ich will alles damit machen, aber habe keine Ahnung wie es funktioniert. Ein Teufelscheiß, äh kreis. Teufelscheiß, wer kennt ihr nicht? Oh, das ist ein Teufelscheiß. Das ist ein Teufelscheiß. Ja, so geht es natürlich hier nicht. Hier, man muss dich nicht täuschen. So, jetzt habe ich meine neue Bahn. Hast du eine neue Bahn? Ja. Bei was? Eine Bahn, die erstmal nicht abgebaut werden könnte, die unscheinbar ist. Hier ist fresh. Aber etwas langsam. Tuck, tuck, tuck. Hast du eine Tuckerbahn? Ja, eine Tuckerbahn, eine nur Tuckerbahn. Von dem Level der Witze solltest du dich doch langsam gewöhnt haben. Ja, doch, stimmt. Guck, guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. und zucker fühlt sich wohl in seinem redstone loch und da kommt skelett zu ihm das kann ich übrigens umbringen wenn es mir auf die nüsse geht ja ja jetzt kann ja noch hühner rein kannst du auch umbringen ja erst mal ein schwert ich wusste es kann grad kript rum dein kopf kript rum jetzt hat er es dir weg wer setzt denn bitte die ganze zeit die scheiß redstone fackeln leute das ist ziemlich bescheiden wenn man grad ne schaltung machen will denn überall sind redstone fackeln ihr versteht meine problematik ja ja ich bin halt von überall alter ich baue hier schon weg seriös du kennst dieses wort bahn er bleibt wieder lustig ich bin ja titus bahn So, dann machen wir wieder das hin, da das und da ein Fettchen, jawoll, jetzt passt das da. Okay, dann setzt's schon wieder da rum, dann tut das natürlich. Who else? Alter. Ich hab dir jetzt explodieren lassen. Gefällst dir ja anscheinend. Hey, Lucan! Hallo! So, wer hat bei mir eigentlich TNT'n gepackt und die Diamantblöcke? Ich hab die Diamantblöcke. TNT-Blöcke? Weil hier gibt's so zwei Leute, die die ganze Zeit nur Unfug machen. Hallo? Ja, nur Tokar, wirklich. Reiß dich mal um Riemen. Jetzt hat er hier überall Teppich drum gemacht, das wollte ich gar nicht! Oh Mann, das ist kacke, Tidus! Äh, Njuka, hast du eigentlich deine Schienen durch mein ganzes Daut gelegt? Ja. Ja. Aber das ist nur, äh, das ist nur, äh, wie heißt, mir fehlt das Wort. Vorläufig. Die können natürlich angepasst werden, wie sie wollen. Ja, muss ich noch einpassen. Ah, Njuka. Bist du in deinem Dorf? Bin in meinem Dorf, ja. Ah, das hast du jetzt erst gesehen? Hast du so lange nicht mit dir? Doch. Aber ich hab dich ja das letzte Mal nicht gesprochen. Ja, ich hab dich ja auch. Ach, so gut. Ich kann dir wegmachen! Wo bist du? Hallo. Geh'n leh. Ja. Du wolltest doch die realistischen Erze. Die sind doch schon da unten. Ja, die hab ich da auch reingehauen. Ja. Nee, das ist der ja keine Ahnung. Der mach ich nen Wellnessbad hier hin oder so, keine Ahnung. Irgendwie sonst. Wenn du übrigens noch Hühnerfleisch brauchst, Likan, äh, Konstpeln. Die heißen Steine-Therapie und so. Ja. Hä? Ich sag mir, wenn du noch Hühnerfleisch brauchst, kannst du dir bei mir abholen. Hast du so viele Hühner? Och, nur so. Frag mal, Tino, so ein paar Koi drauf. Vielleicht können die dir dann eine Antwort geben. Hä, was denn? Ich hab das TNT mal da drüben weggemacht, ne? Was für Hühner? Ja, 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 ja. Okay, ich find heraus, dass wer da TNT geplantet hat, bei dem zerbampe ich jetzt eine Sache. Ja, geil. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war's. Ja, das ist ja auch nett. Ja, guck, ich bin... Bei den anderen beiden weiß ich's noch nicht. Bitte? Wann war denn das TNT da? Heute, oder was? Ja, schon letztens. Muss da schon länger dran sein im Keller, TNT. Warum? Soll ich dich verdächtigen? Nee, du verdächtigst. Du hast ja gerade gewirkt. Du verdächtigst. Nee, ich hab gesagt. Nur Tokar weiß ich nicht. Das glaub ich eher nicht. Ah, nee, das letzte. Das letzte hab ich über... Hallo? Der schuldige Panda. Der schuldige Panda. Der schuldige Panda. Er hat sogar die Farben von TNT an. Kennt ihr eigentlich das Lied Pissing on a Panda? Nein, ich kenn... Say Never No to Panda. Das kenn ich. 1, 2, 3, 4. Achso. So, dann passt das auch. Aha. Wo sind denn die ganzen Hühner? Guck mal, beim Schneemann und beim Weihnachtsbaum. Oh, ja. Ist das richtig? So. Yeah, es passt. Dafür kriegst du ganz viele Eier. Oh, toll. Eier. Guck, guck mal im Inventar. Kannst du Wärme für McDonalds machen? Deutschland braucht Eier. Ich hab 4 Stacks Eier. Im Inventar. Nur weil ich eben Hühner getötet habe. Wie wild. Das ist noch ein Tidos. Soll ich dich? Was machst du da oben? Ich hab meine eigene Bahn gebaut. Da soll gleich ein Dach drauf und keine Schienen. Mann. Mann. Unglaublich. Unglaublich. Einmal mit Profis arbeiten. Was? Hashtag Twitter. Oh, krass. Oh, ist doch schon weg. Chill. Chill, Dickra. Chill. Ah, jetzt stehe ich wieder alle hier drin. Müssen wir hier draußen auch noch 2 Druckplättchen hin platzieren. Sehr gut. Eine Blume. Ich lasse eine Blume da. Nienchen hier runter. Ah. 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 Tidos. Was? Ah. Ah. Am besten noch direkt äh, Bone-Gill drauf, damit sie direkt groß sind und alles kaputt machen. Ah. 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 Ich will wissen, welches Dach schön aussieht. Jetzt könnt ihr dir wirklich mal helfen. Und jetzt kommt natürlich nichts. Aber beim Unfug machen, da sind sie ganz groß. Ja, komm, ich helf dir. Nee, ich wollte wissen, ob es passt, ob es aussieht. Warum fahren jetzt auf der Bahn für Hühner rum? Oh Mann, ey. Weil hier Überhühner sind. Ja, wo kommt die Lore her? Ich mach nur mal eine Reihe, danach muss ich überlegen, wie ich weitermache. Ich wollte ein Dachfenster einbauen, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Okay, nicht vielleicht hier unten auch einen dran, so eine Reihe? Nee, dann sieht man ja die schöne Säule nicht. Hm, okay. Aber wenn könnte man natürlich das Dach eins weiterverziehen, ne? Hm, das könnte man tun. Okay, mach das so. Ach so geil. Ups. Ups. Lala. Was ist denn, wie so ein Pukki? Hm. Lücken, hast du heute keine Zeit zum Spielen? Nein. So, weshalb, warum? Nein, hab ich eigentlich nicht. Ich hab's doch nicht eigentlich nur kurz. 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 So, da kann ich das Innere ja wieder weghauen, ne? Hau weg. Hau das Ding weg. Hallo. Hallo. Nein, er hat's wieder kaputt gemacht. Äh, zweite Reihe noch nicht. Äh, fängt er hier direkt zu mir an. Warum? Ja, warum? So, warum ist da halt nichts. Wie, wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich Glas Dachfenster machen? Tüchchen. ganz barthaare ups die falsche richtung was hast du vor ja das war das eis das ist durch den glowstone geschmolzen das war einer von uns nee aber das tnt warst du was für eine künstlerische scheiße bitte das sieht ein bisschen abstrakt aus ja ich muss jetzt mal gucken wie das aussieht wenn ich das verbinde das ist natürlich ein bisschen kacki sieht bei mir aus wie so ein glaskopf mit so einem hals und glas knöpfer der anfängt du hast so ein dachfenster vor oder kann das sein aber irgendwie er bindet das nicht nur bei ganzen blöcken oder ja dann musst du richtige glas blöcke benutzen ok das funktioniert oder auch die richtige blöcke neben so ein bisschen kacke aus will ich die beide am vorderen weg machen na dann sieht es glaube ich und dann hier noch und dann hier noch achso hallo david willkommen sorry der hier ist jetzt aber david 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 der von gestern david ja ja flipp internet er ist immer noch david nicht david hallo david hallo david man man der und der titos ey können sich keine namen merken ja nix wie das hier sich jetzt zusammen findet jetzt ist es ja ja fresh sieht schwer scheiße aus vielleicht unten ganze glas glas scheiben da meinst du probieren hm dann ist schon wieder so eckig hm oder da auch noch ganz klasse hm ich glaube es ist besser wenn wir das vorne leer lassen und einfach nur hinteren die glasscheiben machen das sah eigentlich am besten aus fand ich ja aber unteren als glasscheiben ja oder hat man halt vorne jeden lücke die lücke 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 ja oder so sieht auch irgendwie durch aus so und dann mach das noch hoch und zieh die scheiben nach vorne ja die lücke die lücke die lücke eigentlich müsste es da drin auch schneien ne nein let it snow let it snow let it snow let it snow da hat man hier vorne aber trotzdem was von lücke eine lücke eine lücke eine lücke wo dachwale ich hab was vergessen hm ich muss ja noch genau überlegen wie man das ganze hier in ein Dach integrieren kann ja dafür ja DIRF-Schwein äh so schräg und dann vielleicht genau so dann mach das mal jetzt überall fünf Dinger entfernt das sieht doch aus ja aber wie man das ins ganze Dach integriert weißt du aber das müsste auch irgendwie hinzubekommen sein aber so von der Form her finde ich es gut ja doch kann man auf jeden Fall so lassen es geht schreibt kloppt internet wer kloppt sein internet es geht schreibt er david schreibt es geht es geht es geht es geht ich streame und die anderen streamen ich gehe ja wir gehen alle äh aha haha okay so oh hinten hinten habe ich es anders wie soll das hier eigentlich also das Haus was soll das werden ja das soll sein eigenes Haus werden weil er meint er ist der einzige ohne Haus im Projekt ja ich bin auch doch hier wohnst doch im Tannenbaum also also sehr beend INGING ja wenn die Nachtslos geht dann werde ich mal wach ja das sieht wie so ein Faxgelad aus 90ern ne ja dot 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 Queson 3 Box kiss Die Bestellung ist bei uns eingegangen. Soll so ein riesen Ding werden? Ein Panoramafenster. Okay. Wie er sich freut, wenn er einmal auf die Nüsse gehen kann. Herrlich. Ich kann mal durchpacken. Das ist doch gar nicht. Das ist geil. Wir schnallen. Das können wir halt nur nicht so spitz zulaufen lassen. Ja doch doch doch. Das muss spitz zulaufen. Und dann müssen die Fenster da integriert werden. Ne, ne, ne. Ach so, da bist du jetzt. Ne, lass das. Lass das am besten so, wie es war. Ja. Ja. Okay. Los. Gleich mal gucken, wie ich das da genau tue. Ja, ja. Ausbau. Aber das, also bisher sieht das echt cool aus mit dem Dach. Ja. Ja. Warte mal, ob jetzt ich fertig bin. Dann sieht das scheiße aus. Wieder der ganze Schnee in der Bude. Habe ich gerade erst weg gemacht. Könnte ich einmal eure Schuhe ausziehen. Ja, ja. Das bringt das, man. Okay. Glückern kommt entgegen. Oh, geil. Cool, Porno. Voll geil. Voll Titter. Voll Titter. Uhhh. Ist das schon wieder dumm? Geil. Voll geil. Voll geil. Voll Titter. Oh, die Sonne geht auf. Oh, da brennt nur ein Sunblock. Okay. Mir fährt ein Krankenwagen. Auf die Straße. Waaaaaas? Das Huhn fährt Achterbahn. Oder ein Huhn fährt Achterbahn. Ein Huhn? Ein Huhn nicht. Das Huhn. Ein Ein Huhn? Das ist ein Huhn. schick herzlich willkommen in der oase der golems die schwimmen mich an also wenn winterzeit vorbei ist kommt dann jeden sonntag karaoke party Oh yeah baby Look at that, look at that Bin ich für Hat ja am Freitag Weihnachtsfeier Ich war ein bisschen enttäuscht, dass keine Karaoke-Maschine aufgebaut war Die wissen schon warum Ja ganz sicher nicht wegen mir Natürlich nicht Wegen der Sekretärin Oh yeah, look at that, look at that Ja, der Lykan ist ein sehr aufmerksames Lykanchen Selten auf einen Sonntag Wieso? Weil Sonntag Yalokapallo-Tag ist Da wird eigentlich nichts gemacht Bitte was? Ja, na Lebe Assassine Wie ziemlich mit deinem kleinen Messer abstechen Hey, vertraut euch Ich muss euch schneller töten Jetzt muss ich hier mal gerade gucken Wie das da scheint aussehen Ja, ein paar Koldreste liegen die aus der Reihe getanzt fällt mir gerade auf Warum? Lederrüstung Kettenrüstung Goldrüstung Und du hast glaube ich keine Rüstung Das ist ja unsichtbar Das ist ja unsichtbar Das ist ja unsichtbar Das ist ja unsichtbar Besser ist das So Mal schauen Achso Nein, ne? Kann man eigentlich lassen Siehts Momentan war noch ganz okay Ja Macht denn der das nicht? Du bist so kinder Die Augen Okay und wenn ich das so mache Du geh mal hier weg Dann gehst du mal hier rüber Ah, okay Okay Greenstone, bitte danke Nein Was passiert da? Likan, alles okay? Oder müssen wir irgendwen anrufen? Stehe nicht vorm Telefonjoker Oh 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 Was zur Helle tust du? Aber wenn Schwangere Sie hören würden Dann wären sie schon längst Eingeschläfert worden So Wenn sie sich so anhören Oh Ah Ah Okay, der Likan ist schon an der nächsten Lage Mal gucken, wie er das hier macht Oder? Ne, ist aber eigentlich die nächste Okay Ne, die drinnen weg gemacht So, mal letzter Eingang Da unten Mh Yay So, jetzt mal Wolltest du eigentlich hier auf dem Bart's Dingern noch was drauf machen, wo das Dach ist? Mh, das baut sie doch gut rein Du auch? Find ich auch Äh, weiß schon nicht Ich wollte jetzt erstmal ein Dach machen und dann weiter überlegen One step after the other Hehehe, er hat after gesagt Hätten einfach gesagt Hätten einfach gesagt Hehehe Nicht witzig Hehehe Doch, ein bisschen Hehehe Gehh Okay So Wo kann man das soo Ah, schwierig Schwierig Schwierig, schwierig. Gucken, wie sich das fühlt. Schwierig, schwierig. Schwierig. Jetzt ist es still. Weil ich gerade am überlegen bin, wie das hier gut aussieht, also wie das funktioniert zusammen. Da bin ich immer etwas still. Ja, aber es ist doch der dritte Advent. Wir müssen alle was sehen. Und freuen uns. Pacoetra brennt. Dann steht der Panda vor der Tür. Und dann trinken wir alles zusammen ein Bier. Schön. Da ist jetzt der Advenzbier. Ja, du kennst es nicht. Geht das so? Du bist ein alter Adventsbier. Mhm, Adventsbier. Ich bin total... Öh. Nein, Tito ist falsch. Böser Tito ist falsch. Kommt ein normaler Block hin, ne? Ich bin verwühlt. Teilweise normale Blöcke. Ja, ich glaub zwei oder drei. Ich bin verwühlt. Geil. What? Ach, hier hast du... Wie das hier? Treppen weiter gezogen dann. Mhm. Ah. Hups. Schlauer so quellt. Ich musste selber ein bisschen rumprobieren. Aber so sieht's eigentlich am besten aus. Vor allem kann man dann die nächste Ebene quasi wieder normal weitermachen. Und dann würde das Dach auch perfektamente abschließen. So? Mhm. Ah. Klar normaler? Okay. Ja. 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 Du, ich meinst ja, soll ich das ganz spitz machen? So? Nach oben, ne? Na? Ne, lass mal. Ja. Erstmal und deswegen... Und dann so rum. Zack. Ja. 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 Und so auf dieser Säulen Höhe im Boden reinhauen? weiss ich noch nicht genau für zweite etage muss ich gleich über überlecken überlecken es möchte irgendwie nicht so wie ich möchte aber nur um ein verbrechen blocker zu folgen war als gespieler Guck und dann kann man die wieder ab machen. Ich hatte es aber auf der anderen Seite. Oder hast du die andere Seite gebaut? Das hier hatte ich gebaut. Also wenn die Treppen so rumbacken, so wie wir eben, dann mache ich mir halt immer so eine Hilfe. Wo ich dann ganze Blöcke baue. Ich liess dann leider so. So, dann können wir jetzt die, irgendwann fehlt da was. Die nächste Etage. Okay. Ich mach es mal in die andere Richtung. Da muss man nur mit dem anderen Fenster gucken, wie man es genau macht. Aber vorne kann man ja jetzt eigentlich sich angleichen. Vorne ist es super. Ach hinten guckt doch hier keiner. Irgendwie total das amerikanische Dach. Aber... Aber... Vor Ort. Aber es gibt Schlimmere. Daran ändert mich irgendwie so das Dach. Jetzt kommt die Stille hier. Die Stille? Hm? Die Stille? Oder die Stelle? Die Stille. Die Stille. Die Stille für die Stille. Die Stille für die Stille. Es ist gar keine Stille. Laut. So. Ich hab's kaputt gemacht. Meutra, du hast schon wieder einen Einsatz verpasst. Ist schon wieder Nacht. Meutra. Irgendwie... Warte mal ganz kurz. Ist das Fenster nicht in der Mitte? Hallo, boah, ja. Hier ist so eins. Hier sind zwei, bis es in die Kurve geht, oder? Leck. Kann das sein? Das ist ja. Hm. So, warum bin ich denn jetzt? So, okay. So kommen wir dann von da unten. Hm. Das Fenster ist in der Mitte. Wo ist der Problem? Wir tun nicht noch ein Eingang. So. Ich hau jetzt wieder ab. Bitte? Ja, es muss leider wieder gehen. Okay, machst du nicht Glück dann. Sicher, viel Spaß noch. Schön, dass du da warst. Ah. User disconnected from your channel. Nein, er lefted the game. Der Lefty. Ist das ein Fehler? Ja. Aber wir sind jetzt genau wie hier war jetzt noch nicht. Auf jeden Fall ist er irgendwo hier. Musst du jetzt nicht gleich um 14.30 Uhr ein anderes Spiel anspielen? Ist das schon soweit? Es ist 14.18 Uhr. Ja, dann werde ich wahrscheinlich auch gleich gehen. Okay. Hallo. Wahrscheinlich verschiebt sich das dann so um eine halbe Stunde oder so. What? Waaat? 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 Na, ich hab kein Entergy mehr zu Hause. Passt jetzt? Ne, jetzt passt immer noch nicht. Und jetzt ist er in der oberen Reihe noch. Ehm. Ehm. Ja, stimmt. Der hier muss noch eine raus irgendwie, ne. So, dann werde ich die Schienen von Lykan abreißen wahrscheinlich und darüber legen. Ja, hier haben wir halt die Kurve, ne. Dann haben wir normal, dann haben wir wieder eine Kurve und hier haben wir Kurve, Kurve. Probe Kurve? Achtung, Kurve. Also jetzt richtig. So. Und dann müsste hier die Kurve rein. So. Jetzt müsste es sein. Ja, jetzt passt. Sehr gut. Tidus, High-Five. Äh. Pssst! Fli-Five war das. Oh ja. Das war ein richtiges High-Five. Also richtig high, so über dem Boden. Oh ja. Oh ja. Richtig high wart ihr. Habt ihr schon gehört, dass der das Lied neu aufgenommen hat? Neu? Okay. Ja, der hat das neu aufgenommen, um Marijuana zu legalisieren. Wo läuft bei ihm? Ist natürlich dann direkt mal voll gehypt worden wieder. Von allen Kippern dieser Welt. Vereinigt euch. Ja, total. Ich habe bis heute noch an meinem ersten Joint zu ziehen, aber ansonsten war ich total dabei. Was hast du an dem ersten Joint gezogen? Ich habe bis heute noch an meinem ersten Joint zu ziehen. Aha. Das heißt? So. Das heißt anscheinend, dass du einen deutschen Nachhalt verbraust. Jetzt müssen wir hier umgucken, weil hier nur noch ein Block frei ist, ne? Ja, den Film wird ich machen. So, zack. Na, das habe ich ja lange gemacht, wenn du gehört noch weiter. So, und da muss ich doch rüber, hoch, und, und, und. Könnt jetzt natürlich... Ddadadam, ah, wacht. Ihr könnt natürlich jetzt auch flach ziehen. Ich habe gerade eine Idee. Aha. Ddadadam. Oh. Du hast eine Idee, du hast eine Idee, du hast eine Idee. die funktioniert nicht wer sagt denn da ist ein haus nur ein kamin haben krass lol okay das ist ein riesen kamin was gut habe ich gesagt dass unter lucano sein dorf eine riesen schlucht ist ist unter seinem dorf? ne fast neben seinem dorf. okay das ist halt american style american style in america sind die pizzen groß die schornsteine die menschen sind dick american style mit diesen vorurteilen doch schlanke amerikaner ja 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 hab ich noch nie gesehen die hülle ist aber frisch da ist die endet die kamine sind schon in betrieb schornsteine da du panda ranger warum plantest du neben mir erde willst du mir irgendetwas sagen das kann ich reden mit slaps oder was brauchst du zu jo das kann man noch nicht lassen ist ein schübsches dach geworden ja kann man so ein bringen ist ja doch ein nice jetzt schneidest du nichts mehr rein auch wenn ich mir so denke so die armen säulen das ganze dach tragen ja hallo das sind quarz säulen die sind high end hast du die letzte fache gemacht nein zwar der freundliche panda aus der nachbarschaft was maybe maybe das halte ich für ein gerücht ja ja das ist nicht so als wenn du Toga hier das superhaus baut mit redstone steuerung aber nicht am dach ich achte wenigstens drauf im vergleich zu dir ja weißt du doch nicht doch bizz we de de so wir co repariert Könnt man einen Ticken Tief haben? Ist halt die Frage ob du ein Signal runterkriegst ne? Ja jetzt benutzt man eine Fackel äh ne Dings direkt dran, einen Schalter Was ist los? Ich sterbe Hallo? Fünf? So? Oder noch einen? Sechs ne? Ich zähl mal Eins, zwei, drei, vier, fünf Das ist ein weniger bei mir Dies macht ja Beschehen Oh so geil hier Die kann man da nicht drehen, die kommen immer in die gleiche Richtung, interessant Na Schade Ja, musst du hier noch einmal anbringen Kannst ja unten drunter einen Slap machen Und oben drüber auch noch einen Teppich oder so, wenn der liegen bleibt Ah, du meinst so? Drüber geht auf jeden Fall Oh und drunter einen Slap halt So meinst du? So wie hier? Genau, je nachdem was er halt haben will Und Teppich geht da oben drauf Teppich geht auf jeden Fall, ja So, das ist der Slap von unten Doch, passt Ich hab jetzt einen weißen drauf, ich weiß ja nicht was du haben willst Oh, oben ist eigentlich geil Nein Muss hübsch sein Was hast du da jetzt genommen? Sunstein Ah, das ist Sunstein, okay Das sieht ein bisschen von der Farbe her aus wie die Redstone Lampen Dann nehme ich mal oben einen roten Bei mir nicht, aber ja Bei mir im Texture Pack schon Ja, die sind bei mir halt gelb und das ist eher so ausgeblassenes Beige Ja, bei mir auch Aber das ist halt das was am nächsten kommt Oder? Ne, wenn ich Stufen guck Ist das und schwarz eigentlich das einzig helle Vielleicht noch Birkenholz Das können wir mal schauen wie das aussieht Ungefähr gleich Bei mir Ne, das hat ein bisschen mehr Farbe Aber Wenn du da so einen Quarz-Lapern machst, der passt doch zum Haus Ja, aber der ist so voll hell Warte mal, ich mach mal dann nach, mal guck mal wie sehr das leuchtet Das wäre halt super wenn man da Ja, das tut schon mal ganz okay aus Wir sehen halt so klumpig aus, die Dinger Und wenn du unten drunter noch eine Laterne machst? Die sollte dann noch leuchten oder nicht? Die müsste dann eigentlich leuchten Ja Siehst du? Puh So, sieht dir glaub ich besser aus Du könntest auch obendrauf noch eine machen, aber Mal schauen wie es aussieht Da oben ist auch egal Wenn hier keine Etage reinkommt Oh Schöner Weihnachtsstern Okay Okay Sie sind gehalten wirklich von so einer Kralle Bei diesen äh Automaten Ja, wie heißen die? Ähm, Greifautomaten, keine Ahnung Die auf dem Rummel immer rumstehen Ich weiß, dass diese Handkralle genannt wird Aber ich hab keine Ahnung, wie diese Automaten genannt werden Handkrallenautomaten Krallomat Geld, Kinder, äh Fachkraft für Handkrallomaten Kann ich ihnen Geld aus der Tasche ziehen Automat Hallo? Nur weil du es nicht kennst oder? Die Dinger sind sehr seriös Und funktionieren immer Im Gegensatz zu dir Bitte? Vertragt euch Echt mal, sonst explodiert das Haus hier Ah, deron think so Ähm, wir werden Die Schienen umlegen Ich werd von meiner Kugel direkt eine Schiene rüberlegen Oder erstens zu lügen kann Ich weiß es noch nicht Und dann rüber zu dem Schlitten Über die Iglus noch Und dann noch, ähm Was da hinten noch alles so rumwuselt Da ist ja alles nicht angeschlossen bisher Wow Naja, ich, äh Obwohl ich überlege, ob wir vom Server verziehen Ja, verzieh dich nur Hau bloß ab Hast du schon wieder einen Huhn geplantet? Nein Hattest du mir noch nicht gezählt Hast du nicht genau einen Huhn neben dir? Ja, das war ein Ziel Guck mal, da laufen die rum Zufall Alles Zufall Kann man eins planten Dann muss ich jetzt das Ei suchen Was ist denn das? Creeper, Zombie, Skeletch, Spinne Schweine Schweine Hatten wir auch schon noch nicht Das war halt erstmal alles So das? Tür zum Wintergarten Nö, du hast dich einfach nur vergessen zu setzen Ist schnell vorbei gelaufen You know? Okay Beine Bombe Oh, guck mal wie süß Die laufen alle hinter der Mutti her Ja, total verfreut Total süß Hallo, die laufen alle hinter der Mutti her Ja, total süß Du hast viel bewandt Du hast viel bewandt Du hast viel bewandt Greif den Greif an Los Guck mal wie die an ihre Mutter besteigen Jetzt sieht es hat keine sinnvolle Süßigkeiten Jetzt ist es kaputt So Schweine gehören auf den Teller Nicht ins Haus Hallo? Ich bin Veganer Ja, ich haue Voll die Quälmaschine Was die ja genau Hallo? Ich bin froh, dass es auch so nah an unseren Gebäuden ist Sonst hätte ich TNT benutzt Das war wahrscheinlich sein Plan Wahrscheinlich Ich haue Schwein Ich haue Schwein mich Obwohl ja, der Toka der Schweinehirte ist Ja Bei mir läuft immer noch das Schwein mit dem Satz herum Echt? Ja Ja Willst du alle Wände zu haben? Joa Kannst du dann nachher Fenster reinkloppen Wo ich will Will erstmal zu haben, damit die ganze Zeit die Mobs reinlaufen Okay Kleine Gummizelle hier einrichten Komm ich zu Doktor Nutoka Welche Redstone Schaltung hat er noch vor? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge Wo? Es ist ja noch Schnee und dann Ich will raus Geh raus Geh raus Geh raus Oh das sieht doch süß aus Süßes Haus Ja, hab ich gut gebaut Jean Pfff Parigelt Ops Ich werde nicht weiterlaufen He Ach schön So, ich mach mich dann auch mal vor m AKL vom Server Weil warum ist hier oben Zapp 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 Wahrscheinlich, weil die da irgendjemand etwas draufgebaut hat hallo andrena ich bin dann auch raus ja dann machen wir erstmal eine pause kurz kurz jetzt war andrena wieder da ist machen eine pause das ist natürlich sehr schlau und tu gehörst du auch auf videos was willst du jetzt ich mache jetzt erst mal eine pause stream wird sich wahrscheinlich so keine ahnung und so um drei oder so und ja dann wird es weitergehen weil ich gehe nachher eine stadt kurz was machen mein youtube mal nicht verprassen und so kennt man ja die klappe und dann mal schauen ich mich nachher wahrscheinlich auch noch heute abend je nachdem heute abend stimme ich ja auch wieder du machst ja assassin's creed streamen ob ich jemanden finde damit mir das syndicate games um so ein scheiß spielen will oder vielleicht auch irgendwas anderes oh ja ja da kannst du gern mitmachen get your money w tf sag ich mal vielen dank an alle die eingeschaltet haben ne genau vielen dank an alle jetzt kommt das geschleime der kopf ist ein geschleim so bevor ein paar kräuter weiter leute beleidigt mache ich den stream aus tschüss leute bei mir ist das schon aus